So, wo bin ich jetzt? Du zeigst auf den Grabstein? Liegt hier etwa Bob der Gärtner? Nein, Moment mal. Das ist die Zukunft. Wurde Bob ausgewiesen? Ist das mein Grabstein? Bin ich nächstes Weihnachten bereits gestorben? Nein, das darf nicht sein. Ich werde mich ändern. Ich werde Bob anrufen und ihn wieder einstellen. Und ihn zum Weihnachtsfest einladen. Mit Spare Ribs. Bring mich zurück in die Gegenwart, Ledermann. Ich muss telefonieren. Ach, zum Glück, es war nur ein Traum. Hallo, Auskunft. Welcher Tag ist heute? Es ist Weihnachten. Dann schicken Sie eine Limousine zu Bob den Gärtner und einen Essens-Truck mit Spare Ribs gleich nach. Alles auf meine Rechnung. Heute ist Weihnachten. Vielen Dank für die Einladung, Mr. Scrooge. Und so feiern Max Norman Scrooge und Bob der Gärtner Vielen Dank für den schönen Abend. doch noch ein tolles Weihnachtsfest. Denken auch Sie daran, anderen eine Freude zu bereiten und behandeln Sie andere Menschen auch immer so, wie sie auch selbst behandelt werden möchten. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank für's Zuschauen.